Im Jahr 2007 lanciert Puma den neuen V-Konstrukt. Das Schoner-Element ist aus EVA-Material gefertigt. Es kann komplett entfernt und separat gereinigt werden. Zudem bietet der Schoner maximale Stoßdämpfung und garantiert dank dem integrierten Luftschnitzen optimale Luftdurchlässigkeit. Der leichte und sehr flexible TPU-Mantel bietet maximalen Komfort und passt sich optimal an das Schienbein an, ohne die Schutzwirkung zu verlieren.